E-A-Sport, it's in the game! Daher werden wir uns die Zeit mit der Demo-Version vertreiben. Wir machen heute mal wieder ein bisschen Anstoß. Und wir schauen auch direkt mal rein, mit welchem Team wir denn heute spielen. Also hier, das ist immer noch nicht freigeschaltet seit dem letzten Mal, aber... Okay, so ist es halt. Gut, mit wem spielen wir denn? Auf was haben wir denn heute Bock? Wir haben Bayern, Juventus, Turin, Manchester City, Manchester United, Paris. Ich will Paris spielen. Ähm, ich will einfach Paris spielen gegen... Äh, gegen wen? Manchester City? Oder... Okay, wen spielen wir denn gegen die Spiele? Ja, machen wir Manchester City. Komm, was soll's. Gut, ähm, ich habe eine kleine Änderung zu gestern. Ich spiele heute auf Legende, das ist die höchste Spielstufe in der Demo-Version. Ich glaube, auch im richtigen Spiel wird es keine höhere geben. Wir testen es einfach mal aus, mal schauen, wie es wird. So, Mbappé, Cavani und Neymar, das sind natürlich drei richtig... Gute Spieler. So, da werden wir aber niemanden anders nur rein. Also, ich tausche ein bisschen ganz kurz durch. Nur mal ganz kurz drüber schauen, was denn die Spielewerte alles so können. Den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Kevin Trapp. Ist der nicht gewechselt? Ich weiß jetzt, wäre gar nicht auswendig. So, sonst schaut es eigentlich ganz souverän aus. Ja, lass uns mal so kommen, ich sehe nur... Testspiel hier, wir wollen testen, wir wollen Fußball sehen und da schauen wir uns auch direkt mal rein. Ähm, gestern habe ich mit Bayern gegen Real Madrid gespielt. War ein cooles Spiel. Und heute, also mit Paris gegen Manchester City. Ja, nachdem wir hier Champions-League-Atmosphäre haben, werden wir jetzt im Hintergrund ein bisschen die Champions-League-Hymne. Und heute im Estadio Santiago Bernabéu, also im Estadio von Real Madrid. Gestern im Estadio von Atlético Madrid, also im Estadio, äh, Meritanola, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ah, habe ich schon wieder vergessen. Meri, Meri, ach, keine Ahnung. Metropolitano, so heißt das Estadio von Atlético Madrid. Genau. Also, hier kommen die Mannschaften rein. Ja gut, das Ganze kennen wir. Das wollen wir jetzt nicht sehen. Wir wollen jetzt ein bisschen testen und spielen. Äh, hier mal wieder eine Frage am Anfang. Kann man den Anstoßmodus irgendwie ändern? Dass nicht immer nur einer da vorne steht, sondern dass vielleicht mal wieder zwei dastehen. Oder ist das jetzt eine Demo-Version, dass das jetzt eben neues Feature ist und die wollen halt dieses Feature jetzt so hochpreisen, wie es nur geht. So, ein paar P. Leider war der ein bisschen abgefälscht, deswegen kein Problem für Ederson. Auch eher eine von den Neuzugängen bei Manchester City. Das kam im Sommer. Und das war gut gespielt. Das war richtig gut gespielt. Und das ist ein Riesentor. Das war richtig, richtig gut gespielt, muss ich sagen. Also wie gesagt, das ist das erste Mal auf Legende für mich bei FIFA 19. Und das war ein sehr, sehr schöner Spielzug. Also Sterling so gut in Szene gesetzt. Und dann, gut, dann wird es ein bisschen blöd. Da habe ich nicht gewusst, was ich mache. So ein Aguero in der Mitte, komplett frei. Gut, da gibt es dann auch nicht so viel zu machen dagegen. Der hat einfach den Fuß hin. Keine Chance für Buffon, der im Tor bei PSG steht. Und das war es dann auch schon. Achte Minute. Manchester City führt gegen Paris Saint-Germain. Gut, aber wir wollen ja Tore sehen. Und deswegen haben wir ihn auch gesehen. Aber es war da auch ein brillanter Pass. Also ganz ehrlich, der Pass zu Sterling, der war Zucker war der. Der war richtig schön. Schön richtig stark. So, Rabiot. Mbappé. Ja, alle mit der Einzelaktion. Kommt man, glaube ich, hier in FIFA 19 nicht so weit. Also ich glaube, ich muss da ein bisschen mein Spielstil verändern, weil in FIFA 17, das war es ja das letzte gespielt habe, da ging es halt ein bisschen einfacher gefühlt. mit der Einzelaktion. Jetzt wird das, glaube ich, schon deutlich mehr Aufwand. Ich würde gerne schießen, aber der hat mir den Weg gerade so sehr, so gut zugestellt. Ich hätte mir gar keine Chance. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt schon wieder dieser Sterling. Der ist natürlich auch ziemlich schnell. Aber ich finde, die Geschwindigkeit macht nicht mehr allzu viel aus. Also in die vorigen Teile. War Geschwindigkeit dann noch höher positioniert bei der Wichtigkeit. So, jetzt verdammt. Ah, hier komme ich nicht durch. Kommt da nicht durch, der Ball? Schade. Jetzt schauen wir mal, dass wir vielleicht hier mal auf den Ausleih ein bisschen drücken. Das geht wahrscheinlich immer noch. Jawohl. Abgefälscht. Da müssen wir die vorbeikommen haben, am zweiten hängen geblieben. Cavani mit einem schönen Abschluss. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Ah, da war sogar der Fuß von Otamendi noch dran. Okay. Jetzt der erste Eckball. Sieht auch alles wie gehabt aus. Oh, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Thiago Silva mit diesem Kopfball. Aber der steht halt drüber. Also ich bleibe da schon mal 1-0 für Manchester City. Gott. So, Rabiot. Das war es dann auch schon wieder. Also Legende ist auf jeden Fall... Also Weltklasse hat mir ja gestern gehabt die Schwierigkeit, aber Legende ist dann schon nochmal eine Ecke schwerer. Also gestern oder beim letzten Spiel war das alles ein bisschen einfacher. Es war zwar auch nicht zu einfach, aber es war einfach. So, jetzt die Chance. Nein, Cavani war im Abseits. Cavani war im Abseits. Ah, ärgerlich. Die Frage ist natürlich, ob ich den dann reingemacht hätte, wenn er nicht im Abseits gewesen wäre. Okay, mit Neymar kommen wir bis jetzt noch gar nicht klar. Und Mbappé fällt auch noch ziemlich raus. Eigentlich die zwei mitunter der beste Spieler bei Paris. Das ist Mbappé. Oh, gut gehalten von Ederson. Oh Gott. Fragt mich, wie ich wo jetzt umeinander gepaust habe. Ich habe keine Ahnung, was das schon wieder war. Das passende ist auch ein bisschen anders. Die Ziel... Äh, genau, die Zielung. Oh, komm! Ah, schade. Das wäre natürlich ein Traumpass gewesen, wenn der durchgegangen wäre und bei Cavani angekommen wäre. Ein bisschen getummelt jetzt gerade. Aber jetzt Schussposition. Nicht gut genutzt. Von Verratti. So, schauen wir, wie die kurze Ecke funktioniert. Hallo, zweiten... Okay, zweiten Spieler rufen. Ist eine neue Taste. Sonst als immer LT. Jetzt ist es RB. Oh, ist schon mal dran gewöhnt wieder. Die kommt aber gut! Warum gehen da keiner wirklich hin? Und jetzt pfeift er Halbzeit. Oh, schade. Jetzt wären wir wieder in einer guten Position gewesen. Also, das erste Halbzeit. Manchester City führt. Schönes Tor von Aguero. Aber wir sind schon gut drin wieder im Spiel. Mal schauen, was in der zweiten Halbzeit so geht. Ähm, ich will ein bisschen wechseln. Mit jeder freien für Alves. Und... Die Maria... Naja, egal. Wechseln wir später ein bisschen durch. So, Wechsel vollzogen. Und weiter geht's mit der Zweieinhalbzeit. Bis jetzt wäre es eigentlich machbar gewesen, ein Tor zu schießen, würde ich es einfach mal so behaupten. Wir hatten ein, zwei gute Tor-Chancen. Aber bis jetzt war das Glück noch nicht auf unserer Seite. So, also Julian Draxler. Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Das schießt er seinen eigenen Spieler an. Also, wie gesagt, die Geschwindigkeit ist hier nicht mehr so extrem von Bedeutung wie noch das Münderschein FIFA 17. Also, man kann nicht mehr von den Gegnern wegrennen, auf gut Deutsch. Oh, komm. Der Pass muss ankommen. Und jetzt sind wir natürlich komplett offen. Jetzt kommt Aguero. Und jetzt haben wir Glück, dass der im ersten Moment nichts draus macht. Das war Glück. Wenn normal hätte das das 2 zu 0 sein können. Das ist natürlich wieder ein heftiger Fehlpass. Das ist wieder so offen. Also, wir rücken, glaube ich, mit dem Verteidiger ein bisschen zu weit raus. Und, uh, das war ganz knapp vom Elfmeter. Und jetzt gibt's... Boah, das war schön gemacht von Aguero. So, und auf den zweiten haut er ihn dann rein. Das ist eine verdammt gute Ballannahme gewesen. Das muss man mal so sagen. Das schauen wir uns mal in der Wiederholung an, wenn sie kommt. Da ist auch dieses neue Feature mit der Ballannahme. Dass die Ballannahme schöner aussehen soll. Hier sind wir nochmal. Hier legt er sich hoch. Das will abschließen. Ball wird abgefangen. Und dann mit einer Drehung schön reingewuchtet ins Tor. Buffon, zweiten, die was er eigentlich kassiert. Gut. Das wird's wahrscheinlich dann auch mit dem Ausgleich gewesen sein. Jetzt müssen wir schauen, dass wir zumindest noch einen Anschlusstreffer schießen. Ui, 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 ui. Das sind natürlich fatale Fehlpässe. Also eins muss ich festhalten. Wir waren auf jeden Fall zu offen. Klar, hier wird es auf sehr offensiv geschehen. Das heißt, wir werden jetzt hinten noch offener sein. Ach, das muss doch abseits sein, oder? Das war kein Abseits. Okay. 3 zu 0. Jetzt kriegen wir sogar nur eine schöne Klatsch hier ab. Das schauen wir uns dann nochmal an. Flanke gut. Und dann steht er halt komplett frei. Ja gut, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das abseits ist oder nicht. Leroy Sané. So, das war's also. Jetzt endgültig. 3 zu 0. Also auf jeden Fall ist es schon mal gut zu sehen, dass Legende nicht so einfach von der Hand zu spielen ist. Das heißt, ich muss auch keine Angst haben, dass sie auf FIFA 19 kaufen. Nämlich die ersten Stunden einfach nur langweilen. Die Schusskraft, die ist auch noch ein bisschen... Eigentlich hätte jetzt die Flanke auf Cavani kommen sollen, aber die Flanke halt viel zu schwach. So, Sané. Hier spielt. Da ist wieder Aguero. Also viertes wird jetzt... Oh Gott! Hey, wovon hat er ihn gehalten? Aber jetzt vielleicht kommt's schon. Oh, was hab ich jetzt angemacht? Okay, jetzt hab ich irgendwas angemacht. Und der Ball geht natürlich nicht durch auf den hinteren Mann. Ähm, was ist denn das für eine Einstellung hier? Offensiver Verteidiger. So schnell kann ich das nicht lesen, wie das still weg ist. Vorstöße an der Seitenlinie. Zusätzliche Stürme. Okay, hört sich auf jeden Fall ziemlich interessant an, was man da alles umstellen kann. Das werden wir beim nächsten Mal ausprobieren. Also wenn alles nach Plan läuft, dann sollte heute nochmal ein Video kommen. So, jetzt wieder so ein Quick-Wechsel gemacht. Und... Also wir haben auf jeden Fall noch einiges zu entdecken. Wir müssen auch nur ordentlich trainieren hier. Das ist klar. Drei zugegen. Manchester City. Das ist nicht das, was wir wollen. So, und jetzt bin ich... Wie kann man jetzt hier genau... Also das war Pass. Gut, da hab ich nix gedrückt. Weder links noch rechts noch Soundtrack los. Aber wie genau kann man in dem Abstoßmodus zielen? Das haben wir noch nicht ganz verstanden. So, jetzt vielleicht nochmal die Chance auf einen Ehrentreffer. Die Grätsche war perfekt. Also wir haben auf jeden Fall ordentlich das Nachsehen gegen Legende. Bis jetzt gegen... Weltklasse ging es noch gut, aber gegen Legende, da schaut es dann schon ziemlich happig aus. Und das war es dann auch für heute. 3 zu 0 verloren gegen Manchester City. Das ist eine herbe Klatsche. Eine herbe Klatsche. Aber gut, es ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass Legende hier noch so schwer ist. Weil dann ist es nicht allzu einfach, hier so locker durchzurotzen. Und gut, auf jeden Fall war es das für heute. Es gibt später wahrscheinlich noch ein Video. Ich bedanke auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann... Ja, wie gesagt, später oder morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, plätze bei. Ciao.